Ich lerne Deutsch. Nummer 13731 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Auf dem roten Gartenstuhl liegt ein Strohhut mit bunten Schnittblumen. Auf dem roten Gartenstuhl liegt ein Strohhut mit bunten Schnittblumen. In der Wüste wachsen vereinzelt Kakteen. Betont, dass Kakteen nur an wenigen Stellen in der Wüste wachsen. Ich habe keine Zeit, mich beim Essen hinzusetzen, weil ich den Wecker überhört habe und schnell zur Arbeit muss. Ich habe keine Zeit, mich beim Essen hinzusetzen, weil ich den Wecker überhört habe und schnell zur Arbeit muss. Ich habe keine Zeit, mich beim Essen hinzusetzen, weil ich den Wecker überhört habe und schnell zur Arbeit muss. Lasst uns die Welt mit hoffnungsvollen Augen betrachten und positive Veränderungen herbeiführen. Mein Name ist Lisa. Erholung beginnt im Kopf. Positive Gedanken und Meditation können Stress abbauen. Erholung beginnt im Kopf. Positive Gedanken und Meditation können Stress abbauen. Erholung beginnt im Kopf. Positive Gedanken und Meditation können Stress abbauen. Danke, dass du mir alles so gut erklärt hast. Jetzt habe ich es verstanden. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.